Grüß euch! Keine Freude, Fischtag! Wir haben ein schönes Lachsfilet mit der Haut auf einem kleinen Stück Backpapier, eine kleine Prise Salz, recht viel mehr wollen wir dann auch schon gar nicht veranstalten, ein wenig Pfeffer, naja, schau eben, und dann soll es das auch schon gewesen sein, wir treffen uns draußen am Grill. Am Grill hier draußen angekommen, ein bisschen Pärlauch oben drauf und dann grünen wir das in unserem Watersmoker schön langsam indirekt oben. drauf, für alle, die keinen Holzkohlegräu haben, aus Aluminium, drei Lagen, so ein kleines Nestchen machen und ein paar Sägespäne rein, das wird es nämlich auch tun und dann einfach auf die Kohlen geben, hat den Vorteil, ich kann den Räuchervorgang sofort beenden. Wir wollen aber jetzt nicht gezielt nur räuchern, sondern einfach nur ein bisschen unterm Garen miträuchern. So, gute Fahrt! Kurzer Zwischenstand, ich kann den nur nicht lange offen lassen, weil die sonst unten wieder brennt. Zwei, drei, vielleicht ein Fitzerler Holz, also nur Fitzerler, bitte mit dem Holz immer mit Gefühl arbeiten. Ja, meine Lieben, das ist dann das Endergebnis. Ich würde sagen, schaut hervorragend aus, ich freue mich jetzt auch schon richtig drauf und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen und Nachprobieren. Bis zum nächsten Video, bleibt meine Freunde. Servus!